Die Feuerbärte Wir haben die Römer zurückgeschlagen. Doch ein neues Unheil hat uns ereilt. Ein Volk von Riesen, mit Bärten wie loderndes Feuer. Schlangen und Drachen schmücken ihre mächtigen Waffen. Im Kampfesrausch stürzen sie sich ins Gefecht und verschwenden keinen Gedanken an ihr eigenes überleben. Einer von ihnen, ein hühnenhafter Axtkrieger, hat schon viel zu viele unserer tapferen Krieger verletzt. Wir müssen auf der Hut sein, wenn wir gegen diese Bedrohung bestehen wollen. In den Tiefen des Dschungels funkeln die Augen des Jaguars wie Smaragde. In den finsteren Träumen unserer Hohepriester ist jedes Funkeln ausgestorben. Die Augen des Jaguars suchen nicht mehr nach Beute, sondern Schrecken vor einer furchtbaren Bedrohung zurück. Was aber will der Sonnengott seinen Söhnen damit sagen? Zunächst müssen wir mit den verfluchten Feuerbärten abrechnen, die sich selbst Wikinger nennen. Möge sich unser Blut mit dem des Jaguars vermischen, auf dass unser Kampf gegen die bärtigen Riesen auch der seine sei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. 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 Yippie! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.